Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit der Pfadfinder-Gilde Kosmos & Damian. Corona-bedingt werde ich jetzt hinter die Kamera verschwinden und dann geht's los mit dem Interview. Wer seid ihr denn? Stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Ludger Engenow. Ich komme von der Pfadfinder-Gilde Kosmos & Damian und ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ich war fast mein ganzes Leben bei den Pfadfindern. Ganz am Anfang kam ich aus der Jugendarbeit und ich arbeite im Franz-Alles-Haus. Dankeschön. Ja, mein Name ist Angela Ströter und ich bin nicht nur die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfebehinderter Menschen in Essen, sondern bin auch Pfadfinderin. Gehöre auch der Pfadfinder-Gilde Kosmos & Damian an, genauso wie der Ludger Engenow. Und ich bin dieses Jahr genau 40 Jahre Pfadfinderin und bin 59 Jahre alt. Hauptberuflich arbeite ich bei der Sparkasse und alles andere ist mein Hobby. Wer ist denn die Pfadfinder-Gilde Kosmos & Damian? Die Pfadfinder-Gilde ist ein Erwachsenenverband. Wir sind alles Erwachsene im Alter von 36 bis 71. Und wir kommen aus dem Jugendverband, aber jetzt wissen wir, wir sind Erwachsene und machen einfach unser Pfadfinder-Sein weiter. Wir führen unsere Jugend weiter ins Erwachsenenleben. Und das machen die, weil die alle Spaß daran haben. Wir treffen uns jetzt nur noch einmal im Monat. Vorher hatten wir alle 14 Tage, wie früher auch im Jugendverband. Und wir machen einmal im halben Jahr einen Plan, gemeinsam mit allen Leuten, was sie für Interesse haben. Und dementsprechend sieht das Programm dann auch aus. Was sind denn die Pfadfinder oder Pfadfinderinnen? Die Pfadfinder-Bewegung ist eigentlich eine Jugendbewegung. Die gibt es schon seit 1907 und ist eine internationale Bewegung. Also in fast jedem Land der Erde gibt es Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und das Hauptanliegen der Pfadfinder-Bewegung ist, junge Menschen oder auch erwachsene Menschen dazu zu motivieren, Verantwortung für ihr eigenes Leben und für ihre Mitmenschen und für ihre Umwelt zu übernehmen. Das kann man vielleicht am besten beschreiben mit drei Schlagworten. Das erste Schlagwort heißt Look at the person. Soll sagen, dass man wirklich bei jedem Einzelnen mal schauen sollte, welche Talente der oder die Einzelne hat und diese Talente fördern. Das zweite Schlagwort Learning by doing besagt, dass man viel einfacher und motivierter lernen kann, wenn man Dinge ausprobiert, anstatt sie nur theoretisch zu lernen. Und das dritte Schlagwort heißt Paddle your own canoe. Was so viel sagen soll wie Übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Die Pfadfinder-Bewegung geht zurück auf einen britischen General, Lord Robert Baden-Powell, so hieß er. Und wie gesagt, ist in vielen, vielen Ländern der Erde unterwegs. Und es gibt ein paar Themen, die auch viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf dieser Welt vereinen. Das sind halt Themen wie soziales Engagement, wie Umweltschutz, internationale Begegnungen und so aktuell wie noch nie Friedensarbeit. Jetzt kann ich ja bei dir zum Beispiel sehen, du trägst ein Halstuch. Hat das was zu bedeuten? Genau. Das Halstuch ist das internationale Erkennungszeichen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Also alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf dieser Welt haben Halstücher in unterschiedlichen Farben, die dann auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Was machen denn erwachsene Pfadfinder oder Pfadfinderinnen? Bei Jugendlichen ist ja so, dass sie die Entwicklung stark im Fokus haben. Da gibt es auch die Stufen und durch die Stufen im Pfadfinder-Jugendverband ist ja auch das Programm fest. Bei Erwachsenen haben wir andere Themen. Haben wir natürlich erwachsene Themen. Wie geht es den Menschen? Wie leben die? Und wie kommen die miteinander klar so? Pfadfinder machen ihr eigenes Programm. Und da sind natürlich dann Projekte wichtig. Wir hatten schon einmal das Projekt zur Nahrungsmittel. Haben wir geguckt, was wir essen. Dann waren wir einmal mit den Weltreligionen unterwegs. Da haben wir auch eine Moschee besucht. Und das nächste Projekt, das wir jetzt machen, ist Umwelt. Da nehmen wir auch Teil am Sauberzauber in einer Woche. Und was hat die Pfadfinder-Gilde Kosmos und Damian mit der Selbsthilfe behinderter Menschen zu tun? Ja, die Frage ist berechtigt. Wir sind nämlich gar keine klassische Selbsthilfegruppe. Aber wir sind eine inklusive Gruppe. Das heißt, in unserer Pfadfinder-Gruppe gibt es Menschen ohne vermeintliche Behinderung, Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Menschen mit Einschränkungen des Lernens. Und unsere Umgangsformen, unser Selbstverständnis beinhaltet halt, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen und jede und jeder die gleichen Rechte und Pflichten hat. Und wenn jemand mal eine Assistenz benötigt, dann helfen wir uns gegenseitig. Was uns hier zur Arbeitsgemeinschaft geführt hat, ist die Tatsache, dass die meisten von uns früher in ihrer Jugend im DPSG Stamm Kosmos und Damian Mitglied waren. DPSG, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, ein großer katholischer Jugendverband. Und dieser DPSG Stamm Kosmos und Damian, der damals integrativ war, da war das Wort Inklusion noch gar nicht so populär. Dieser Pfadfinder-Stamm war Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen. Ja, dann vielen Dank für das fertige Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch.